Was gehört für dich zu einem guten Frühstück? Vor allem viel Zeit, damit man alles, was auf dem Tisch ist, aufessen kann. Was ist der Sinn des Lebens? Wenn ich das wüsste. Was nervt dich? Langweilige Interviews. Deine Jeans ist von welcher Firma? Ich besitze nur Jogginghosen. Was ist dein Einschlafmittel? Das ist schwierig. Manchmal kann ich nicht gut einschlafen, dann kuschle ich mich in meine Decke. Welches ist der beste Song aller Zeiten für dich? Eye of the Tiger. Kannst du einen Krawatten knoten? Auf gar keinen Fall. Womit kannst du dich stundenlang beschäftigen? Mit auf der Couch liegen und meinem Sohn zugucken. Lieblingsfrauenname? Andrea. Was gehört alles in einen Kartoffelpuffer außer Kartoffeln? Ich denke mal mindestens Salz und Öl. Vielen Dank. bei Ihnen. Wie gesagt, was ist das ein Koffer? Bei uns ist es da, wenn man so einen Koffer nicht in Ordnung gibt. Also, ich bin da, wenn du zum Beispiel bist. Ich bin da, wenn du zum Beispiel selbst bist. Wie bei uns ist es. Wie bei mir ist es ein Koffer? Vielen Dank.